ja hallo herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich hoffe es geht jetzt ich habe es gerade gesehen es wird wieder milchig also die kamera stellt sich ein wir haben jetzt kurz vor 7 uhr 6 uhr 58 oder was also es liegt wohl auch nicht an der tages- und nachtzeit naja ich glaube schon langsam dass es doch samsung ist samsung ist halt nicht mehr das was es mal war ja und das handy ist natürlich auch schon ein paar jährchen alt also genau gesagt von 2010 also vier jahre das macht schon was aus ja ich werde mir jetzt dann wenn wir die 500 schaffen und geld kommt profi ausrüstung zulegen heute soll es mal gehen um die service wüste deutsche post dhl group ich weiß nicht ob ihr das kennt ihr seid in eile denkt es reicht mit der briefporto schmeißt es in die gelben kästen von der post eigentlich wollte die post die abschaffen aber das wird wohl nicht passieren weil damit kann man ja geld verdienen ich habe so eine schablone von der deutschen post aber ich war in eile und habe nicht mehr daran gedacht und meinte es ging zwei briefe ein brief innerhalb deutschlands ging nach würzburg da dachte ich weil in würzburg so eine kontrollstelle ist das lag an würzburg und ein brief ging nach holland aber der wurde auch handschriftlich vermerkt dass es zu wenig porto ist es gab mal eine zeit da gingen die briefe zurück und man hatte die schanze das fehlende briefporto noch zu ergänzen ihre briefmarken bleiben trotzdem gültig lassen sie den gelben streifen dran oder so ähnlich hieß es dann bis 2020 kostete ich habe das gegoogelt das strafporto bis mindestens 2020 nur 70 cent das war in ordnung plus natürlich das was zu wenig frankiert war und jetzt haltet euch fest zwei euro pro brief minimum also ich glaube es ist auch ins ausland zwei euro also das ist schon abzocke zwei euro plus das was es zu wenig frankiert war richtige abzocke ich möchte nicht wissen wie vielen leuten das passiert dass sie schnell schnell mal was machen also wie gesagt ich bin jetzt nicht der betrüger aber ich habe den verdacht dass mir das die deutsche post die hl unterstellt ich habe für mehrere hundert euro briefmarken hier ich war bloß in eile und dachte es reicht und ja und habe mich darauf verlassen wenn es nicht reicht es zurückkommt jetzt muss man wirklich tatsächlich jedes mal in dem in eine post filiale jedes mal und das kontrollieren lassen das nervt echt nervt echt tierisch oder halt wie gesagt sich so eine schablone kaufen und es immer wieder kontrollieren und so aber wie gesagt ich war in eile aber sie ist ja pech gehabt so das war es auch schon wieder ich wollte es nur kurz sagen weil ich finde es eine sauerei service wüste aber hauptsache das briefporto steigt wieder wieder erhöhen das hat auch meiner meinung nach meiner unverbindlichen meinung nach auch ein teufelskreis einen gegenteiligen effekt und zwar gehen immer mehr leute zur privaten post zum beispiel tnt oder lmf logistik mail factory wir sind bei uns in augsburg ist und die arbeiter dort die mitarbeiter die kann können einem leid tun ich war ja selbst einmal bei tnt post dabei aber ich will gott sei dank heute sage ich gott sei dank nicht übernommen der die befristung lief aus arbeiten zum mindestlohn in teilzeit aber fahren bis abends weil die briefmengen immer mehr werden katalogen werbung die fahren sich zu tode weil die firmen müssen auch sparen und sehen das nicht ein und ja und das ist ein teufelskreis die post klagt immer dass immer weniger post kommt immer weniger briefe und so aber wenn sie immer teurer werden gehen die firmen und privatleute eben zur privaten post so das war es jetzt auch schon wieder für heute wenn es euch gefallen hat bitte würde ich mich wieder über daumen nach oben freuen also liken und abonnieren nicht vergessen falls ihr das noch nicht gemacht habt danke und einen schönen tag bis zum nächsten mal ciao ciao